Die Gebäckzange mit der hässlichen Korthose mag keine Hühner. Dafür pfeift sie jeden Zebrastreifen hinterher. Auch kann sie fahrradreifend flicken wie kein zweiter. Kondensnichtdosen poliert sie so eifrig, bis sie schließlich glänzen wie Gold. Das alles tut die Gebäckzange von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Nach Feierabend liegt sie hundemüde auf dem Sofa und nascht altbackenes Knabbergebäck. Die hässliche Korthose lobpudelt sie dabei so lange, bis die Gebäckzange süß entschlummert ist und von der Hühnerjagd träumt. Kondensnichtdosen Kondensnichtdosen